So, hallo meine lieben Zuschauer. Ich habe heute für euch einen Herrn eingeladen, André. Er war Kommandosoldat und arbeitet heute als Buchautor. Das Buch, was er geschrieben hat, ist wirklich hochinteressant. Ihr solltet es wirklich lesen. Wenn die Nacht kommt, ist der Titel. Wir wollen heute mal in dem Interview, zu dem ich auch Marc Riemke eingeladen habe, über die Zukunft sprechen, also wir wollen sie sondieren. Wie ist die aktuelle Lage? Was hat es mit Gold auf sich? Bringt es denn etwas? Wie sieht es mit Prepping aus? Wie sieht es überhaupt aus? Was kommt auf uns zu? In nächster Zeit, aber auch vielleicht in übernächster Zeit. André sagt, vor der Welle sollte die Information sein. Und das fand ich ganz bezeichnend. Herzlich willkommen heute hier auf meinem Kanal André und Marc. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Ich würde gerne mal das Wort gleich André übergeben. André, dass du dich mal ein bisschen umfassender vorstellst für unsere Zuschauer. Und dann vielleicht mal gleich dazu kommst, weil du arbeitest ja auch seit 2010 als, unter anderem als Mediator, wie das gekommen ist, dass du 2019 bei der Bundeswehr ausgestiegen bist und warum du das Buch, wenn die Nacht kommt, für uns alle geschrieben hast. Ja, danke. Dann stelle ich mich kurz vor. André Schmidt, 15 Jahre bei der Bundeswehr, angefangen als Falscher-Mäger. Dann EGB, also erweiterte Grundbefähigung. Das ist sozusagen ein Zwischensequent zwischen den Spezialkräften und den normalen Kräften. Dann bei den Spezialkräften mit aufgenommen worden, Fachbereich Pionierwesen, also als Breacher. Und dort Sonderfunktion, Sabotage, also alles, was Großanlagen angeht, um die zu sabotieren. Ja, 2019 bin ich raus, seitdem Unternehmer, also viel im Marketingbereich, als Profiler, viele Sachen auch im neurowissenschaftlichen Bereich ausgebildet wurden, um dort einfach gewisse Lücken zu schließen. Warum habe ich das Buch geschrieben? Ich bin ja Mediator, Wirtschaftsmediator, um genau zu sein. Und das vor allem für deutsche Politik, für NGOs, für Wirtschaft im Bereich Kriegs- und Krisengebiet. Also sozusagen meine vorherigen Kenntnisse habe ich mitgenommen und habe die sozusagen in etwas Neues mit reingepackt. Und warum habe ich das Buch geschrieben? Weil ich erkannt habe, dass dieses Wissen, was die Bevölkerung hat und das, was sozusagen offiziell verkauft wird, zwei komplett Paar Schuhe sind oder beziehungsweise dass eine riesige Kluft dazwischen ist. Und wenn man einmal gedient hat oder einmal sozusagen bei einer Behörde war, dann hat man ja einen gewissen Eid geleistet, sozusagen das Beste zu geben für die Bevölkerungsnot, auch sein Leben. Und ich fühle mich da ein bisschen verpflichtet, gewisse Gold-Nuggets mit drüber zu geben, gewisse sozusagen Informationen zu liefern für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben. Weil die Vorbereitung ist nicht so ein Thema, was man vielleicht lächeln sollte, sondern es wird nach und nach immer schlimmer werden. Das weiß ich nicht aus nicht nur Vermutung, sondern wir sehen das aufgrund unserer Quellen von den Nachrichtendiensten oder anderen Behörden, mit denen wir in Verbindung stehen. Und das Problem ist, die Masse der Bevölkerung weiß es halt nicht. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen ein praxisnahes, schnelles, kompaktes Buch geschrieben habe, auch mit vielen Videos drin. Damit sozusagen der Bürger, der bisher gar nichts damit zu tun hat, mit dem Thema Vorbereitung, dass der einfach sozusagen eine Art 360-Grad-Umschlag hat. Ja, total wichtig, wirklich. Was ganz wichtig ist für meine Zuschauer, und deswegen hört jetzt gut zu, ich übergebe jetzt gleich mal André wirklich das Wort, dass er erst mal im Fließtext sprechen kann zu uns, weil ich diesen Spruch noch im Vorgespräch so in den Gliedern stecken habe. Es ist schlimmer, als wir alle denken. Also wo es uns natürlich jetzt alle interessiert, das ist ganz klar, mein lieber André, das ist, was kommt auf uns zu? Das ist die Zukunft. Und zwar die nahe, aber auch die etwas fernere. Also von nahe rede ich von Wochen, und von ferner rede ich eben von ein, zwei Jahren. Also jetzt nicht von 100 Jahren oder irgend sowas, sondern dass die Leute, weil es heißt ja immer, bereite dich vor, da könnte es sofort anmuten, ach, ich muss preppen, ach, ich muss jetzt sofort noch ein paar Dosen mehr kaufen, sonst werde ich verhungern und so weiter. Aber dass das bei Weitem, und zwar bei Weitem, nicht ausreichend ist, ist der Grund, dass ich dich heute hier eingeladen habe. Und deswegen bitte ich jetzt euch, meine lieben Zuschauer, wirklich die Ohren zu spitzen, wenn ich André das Wort übergebe. Ich werde versuchen, so einfach wie möglich zu erklären, vielleicht auch ein bisschen langsamer zu sprechen, damit das vielleicht besser ankommt. Die Zuhörer oder die meisten in der Bevölkerung sind ja nicht doof, um das mal so zu sagen, sondern sie beurteilen ihre Lage aufgrund der Informationen, die ihnen vorliegen. Das Problem ist allerdings, dass die Masse der Bevölkerung nicht über ausreichend Informationen, Primärquellen vor allem hat, in den Behörden oder in den Einsatzgebieten. Also sprich, muss ein gewisses Vertrauen da sein in gewisse Medien, dass man dort natürlich dann, dass dort alles erzählt wird. Das Problem ist natürlich, Sendezeit ist begrenzt. Die Werbepartner müssen natürlich auch rein. Und so ist natürlich eine Art Fragmentierung, also eine gewisse Puzzle, bekommt man von überall auf der Welt her. Mal eine Sekunde Bangladesch, mal eine Minute Iran, etc. Und am Ende denkt der Bürger, er ist informiert, weil er sozusagen einmal komplett was bekommen hat. Das Problem ist, A, die Informationen sind selektiert. Dann ist da eine gewisse Meinung oder Bewertung drüber, die nichts mit Fakten zu tun hat. Das ist einfach, jedes Medium hat das. Es gibt nichts Neutrales. Jeder hat irgendwo von seiner subjektiven Beurteilung, gibt da sozusagen seine Meinung mit rein. Dann, was die wenigsten wissen, ist sozusagen das Drei-Phasen-Modell. Also wenn man jetzt irgendetwas passiert, das ist der Impact, also was ich, ein Anschlag, was ich, die Wirtschaftskrise, als irgendetwas passiert. Das ist nicht so, dass egal, was in der Welt passiert, jede Krise ist in drei Phasen gegliedert. Das ist einmal die Pre-Impact-Phase, die Impact-Phase und die Post-Impact-Phase. Sprich, die Frühindikatoren, dann der Einschlag und dann die Nachwirkung. Weil egal, ob wir jetzt von einem Börsencrash, egal, ob es jetzt Unruhens ist, Bürgerkrieg, normaler Krieg, alles muss vorbereitet werden. Fünf Jahre, zehn Jahre, teilweise zwanzig Jahre wird das vorbereitet. Darüber wird natürlich nicht berichtet. Also was ich, Leute müssen ausgebildet werden. Waffen, Munition, Verschieben, Transporte, also das ist riesige Logistik-Geschichte. Plus natürlich, Medien müssen gekauft werden. Opposition muss vorbereitet werden. Je nachdem, in welchem Bereich wir reinstehen. Auch wird natürlich Naturkatastrophen. Auch da, was ich, wie im Ahrtal, es war nicht, oh, ganz überraschend, sondern es wurde Wochen vorher wurde schon gesagt, oh, sieht da gar nicht gut aus wettermäßig und oh, die Deiche sind schon voll. Also sozusagen nachträglich sagt man immer, oh, konnte man nicht ahnen. Aber wenn man eigentlich die Experten fragt, sozusagen die primär, an Primärquellen sitzen, die sagen eigentlich immer schon, was passiert ist. Wie es dann transportiert wird, wie sozusagen es dann den Zuseher oder Zuschauer und Leser rübergebracht wird, das wird meistens halt ja, entweder verschwiegen oder so pauschalisiert, dass sozusagen ein komplexes Geflecht meistens gar nicht richtig mitbekommen oder dass die es gar nicht richtig mitbekommen. Deswegen so ein bisschen, deswegen hatte ich auch das Buch geschrieben und was haben wir so aktuell für Krisen? Wir haben natürlich einmal Osteuropa, gut, Ukraine ist, glaube ich, täglich irgendwo in den Medien. Dann haben wir Europa selbst eine massive Spaltung in der kompletten Gesellschaft von links, rechts, grün, sonst was. Also die Bevölkerung ist sich nicht mehr eins. Es ist einfach, selbst auf den Essenstisch sozusagen in der Familie ist es Knatsch, riesige Probleme. Wir haben dort auch mit natürlich massiven Masseneinwanderungen, welche auch finanziert wird als Massenintegrationswaffe, also das ist, das sind Waffentypen, sozusagen, um auch natürlich Regionen zu destabilisieren. Also sie werden regulär eingeführt. Man weiß auch, wer wie wo dafür verantwortlich ist. Zunächst haben wir als nächster Ostasien, komplett Taiwan, komplett Drachenstaaten. Man weiß, dass die NATO eigentlich alle Länder verloren hat in Asien. Taiwan ist ja auch jetzt noch weggebrochen, also NATO hat eigentlich nur noch Japan und nur noch Philippinen und die bereiten sich auch schon ein bisschen vor und da ist auch schon ständige Grenzstreitigkeiten. Das kann man natürlich daran erkennen, wir hatten die letzten 50, 60 Jahre, hatten wir ein Hegemon, also die USA sozusagen als Supermacht. Das Problem ist bloß, wenn sozusagen eine Supermacht stirbt beziehungsweise irgendwann Abgang hat und jetzt natürlich mehrere andere Player auftauchen, Indien, China, Russland, aber auch viele andere Brigstaaten, dann ist das so ein bisschen wie Plattentektonik, dann reiben die aneinander. Das ist immer nur oder schon, sag ich mal, seit es Menschen gibt, gibt es dann gewisse Reibungen, gewisse Konflikte, wenn sozusagen die eine Supermacht die nächste sozusagen den Rang abnimmt oder auch einfach nur neue Machtstrukturen entstehen. Also wiederum nichts Unnormales, nichts mit Panikmache, sondern das war schon immer so in der Menschheit und man muss eigentlich bloß die klassische Literatur ein bisschen mal anschauen, dann findet man zuhauf da Infos, nur das wird ja heutzutage nicht mehr gemacht. Also lesen oder selbst sich weiterbilden, es geht immer ein bisschen weiter runter und das ist auch so ein bisschen kognitives Auslagern nennt man das, also man schaut nur noch sozusagen, man googelt nur noch oder Wikipedia oder sonst was und denkt gar nicht mehr selber nach oder ist selber gar nicht kritisch. Das nächste ist Nahosten. Wir haben dort natürlich massives Problem gerade, ob es mit Hezbollah, den Houthis, Hamas, also alles um Israel drumherum, das ist alles sozusagen massiv brodelnd und jetzt geht ja als nächstes Israel in den Libanon rein, aber das weiß man schon, dass das sozusagen jetzt geplant ist, dann hat man schon ein bisschen so Türkei, Iran, die natürlich dann sagen, hier, oh, machst du das, dann sozusagen gehen wir auch mit rein. also auch da riesige Probleme, die gleichzeitig auch natürlich für Europa wieder massiv Sorgen bringen. Diese Pro-Palästinenser oder Pro-Israelis sozusagen, die Demos, also die Konflikte aus dem Nahen Osten schwappen rüber, natürlich hier durch die Migration auch hier mit rein und das sind viele, viele Bereiche, die die Behörden leider wenig oder nicht mehr so richtig kontrollieren können, weil unterbesetzt natürlich seit Jahren, seit mehr als zehn Jahren schon komplett eigentlich am Limit, was körperlich und auch psychisch und gesundheitlich sind viele da angeschlagen. Zusätzlich Afrika, wer sich da ein bisschen auskennt, Afrika ist eigentlich auch jetzt schon von Seiten der BRICS-Staaten komplett umworben worden. Also entweder eingenommen worden teilweise, natürlich mit militärischem Druck über Söldner, das macht auch der Westen, Söldnerarmeen sozusagen sind immer das Einfachste und Billigste, sie gehen nicht über einen Kongress, die müssen nicht genehmigt werden, und wenn einer stirbt, muss man sozusagen nicht dafür irgendwo aufkommen. Also Afrika, außer vielleicht Teile von Westafrika, sind komplett alles an BRICS gegangen. Das heißt natürlich, die ganzen Rohstoffe, die ganzen Zulieferer sind schön nach China, Indien und Russland. Das nächste Problem oder das größte, was man mitbekommt, ist USA. Dort massiv Spaltungen. Auch da wird kontrolliert, sozusagen eine Invasion mit reingebracht, von Norden und Süden mit vielen, vielen Menschen, auch das finanziert, von den BRICS-Staaten, um da auch eine Destabilization zu machen. Auch da zwischen Demokraten, Republikanern ist massiv, massiv Stress. Also auch Nord- und Südstaaten, da ist eine riesen, riesen Spannung. Also wenn man dort mit Amerikanern sie unterhält, direkt vor Ort, merkt man, okay, das brodelt an allen Ecken und Enden. Also ähnlich wie in Europa, bloß natürlich sozusagen über den großen Teich. Das sind so Sachen, dass die Jetzt-Situation, wenn wir schauen, okay, aufgrund unserer Quellen und Indizien, die wir jetzt haben, von den verschiedenen Behörden und das halt global. Was wird passieren so in der nächsten Zeit? Also in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? In den nächsten Jahren meine ich maximal bis 27. Eher 26. Das größte Teil davon wird sogar 25 passieren. Ich möchte das auch an deutlicher oder relativer Klarheit sagen, dass die Menschen nicht denken, ah, ich habe noch Zeit, 15 Jahre irgendwie oder so, oh, muss ich nicht mehr machen, es können dann meine Kinder sich kümmern. Deswegen ist es so wichtig. Ja, einmal natürlich das, was jetzt passieren wird, hohe Massenarbeitsloskeit. Also alles, was deutsche Unternehmen angehen und ich bin ja selber Unternehmer und habe da, sage ich mal, den Blick auch in die verschiedenen Bereiche oder bin in diversen Business-Clubs, wo ich mit den größten Unternehmern mitspreche oder mittelständischen Unternehmen entweder pleite, kurz vor Pleite oder so groß, dass sie das Land verlassen. Also die Produktion oder in zwei, drei Jahren ist an Deutschland kaum mehr was noch zu machen. Das ist einfach, die Entlassungen werden jetzt nach Beginn, wir haben ja glaube ich über 30% Insolvenzrate im Vergleich zum Vorquartal. Also auch das, es wird immer, es wird immer schlimmer und immer drastischer. Das nächste ist, was zumindest mal von Seiten der Zentralbanken, was man mitbekommen, die rechnen schon länger mit einem Börsencrash. Also auch da sozusagen eigentlich bloß durch das Fiat-Geld, durch viel Drucken, 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 wurde eigentlich bloß diese Spanne aufgehalten. Also so zwischen realer Wirtschaft und sozusagen das, was an der Börse gezeigt wird, ist einfach ein Riesen, ist eine Riesenblase. Und da sind zumindest mal von den Großbanken und Hochfinanciers rechnen die mit einem Börsencrash, was natürlich sozusagen eine wieder Entschrumpfung beziehungsweise Normalzustand irgendwann mal wieder ranbringen wird. Weil auch da haben wir natürlich viele Zombie-Unternehmen. Das nächste Thema, was passieren wird, ist Libanon. Libanon, was dort natürlich massiv Spannung hervorruft. Wir haben jetzt schon aus Jemen, aus Afghanistan, auch Iran, Hunderttausende gehen da auf den Weg hin, schon an die Grenze, auch natürlich aus Syrien, um sich dort auf den Krieg vorzubereiten. Also Israel sozusagen hat so ein bisschen ins Hornissen-Nest reingestochen, mit einer gewissen, natürlich aggressiven Art, versucht da natürlich, Frieden zu machen, dass da natürlich auch die Siedler an den Anbaugebieten sozusagen da natürlich auch ein bisschen mit den Feuerspielen ist auch klar. Also an einen Konflikt ist nicht immer, oder es ist nicht nur einer Schuld, es sind immer beide Schuld. Das ist prinzipiell etwas, was vielleicht der Zuhörer oder Zuschauer sehen sollte oder wissen sollte. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Jedes Land, jede Regierung, jede Partei, jede Organisation hat Interessen. Und diese Interessen versuchen sie einfach umzusetzen. Da das natürlich nicht unbedingt charmant manchmal gemacht werden muss, muss es natürlich mittels Propagandatechniken muss ja ein Grund, also es muss ein Zweck angegeben werden, weswegen man jetzt einen Krieg führt. Ja, und das machen beide Seiten. Also egal welche Seite, dann, was ich, einmal sind es Terroristen, einmal sind es Friedenskämpfer für die einen oder man möchte irgendwas demokratisieren, auf der anderen Seite irgendwo, was ich, Frieden bringen. Also es sind immer verschiedene Sachen, die man ins Feld führt, die aber eigentlich mit der Realität da nichts zu tun hat, weil es geht immer nur um Geld und Macht. Aber man kann das natürlich nicht so offen sagen, weil so kann man natürlich nicht die Bevölkerung oder natürlich Soldatengewinn irgendwo hin kämpfen zu müssen. Das nächste ist, mit Libanon wissen wir, dass auch da natürlich die Türkei massiv, dass es ein Donnernauge ist, genau wie Syrien. Also wir rechnen zumindest mal, zumindest mal laut allen Aussagen, die wir haben, global, von fast jedem Nachrichtendienst, rechnet man, dass die Türkei die Seiten wechselt, zur Brickseite geht. Was bedeutet das? Allein Bricks ist, also wir reden nicht dafür und das wird immer falsch wahrgenommen, oh, es ist sozusagen die ganze Welt, also das Narrativ ist die ganze Welt auf einer Seite und Russland ist isoliert. Nein, es ist komplett Bricks, also plus Masse der muslimischen oder islamischen Länder. Also wir reden von zwei Drittel der Bevölkerung, die sozusagen eigentlich auf einer Seite sind und wenige sozusagen moralisch idealistische Verfechter sozusagen gewisser alten Herrschaftssysteme sind auf der anderen Seite. Und jeder denkt natürlich, er ist im Recht und jetzt wird sich das natürlich so ein bisschen entladen. Das Problem ist natürlich, wenn Bricks, also wenn Türkei die Seiten wechselt, reden wir davon, dass die größte Armee innerhalb der NATO dort mit die Seiten wechselt. Also Türkei hat die größte Armee auf europäischem Boden. USA natürlich hat auch oder das größere Armee, aber die sind ja sozusagen global überall dort verstritten beziehungsweise sind einfach verteilt, disloziert, ganz normal, aufgrund der verschiedenen Interessenssphären, die die Amerikaner haben. Was natürlich der Wechsel von Türkei innerhalb auch Europas zu tun hat, wenn natürlich ein Großteil oder viele Migranten, die sich auch eingelebt haben, hier schon, zweiter, dritter Generation in den meisten Städten, was das für Auswirkungen hat. Zusätzlich, was das für Auswirkungen hat, weil auch da in der Bundeswehr viele Deutsch-Türken sind oder auch, was wenige wissen, viele Deutsch-Russen. Die Masse der Kampfeinheiten oder Infanterieeinheiten aus der Bundeswehr sind Deutsch-Russen oder Deutsch-Türken. Es sind nicht mehr die vielen, was weiß ich, Westdeutsche oder Ostdeutsche sozusagen die Normalen, aber das verstehen halt auch immer weniger. Das ist auch so eine gewisse Dekadenz natürlich geschuldet. Man möchte immer weniger selber machen. Das ist sozusagen, was man prognostiziert. Zumindest mal hoffen wir es nicht, aber so ist zumindest mal die verschiedenen Indizien, dass wir da einfach aufgrund dieser Entwicklung, die wir jetzt aufgezeigt haben, dass wir da in den nächsten Jahren Unruhen zu erwarten haben. Also Unruhen im Sinne von einmal religiös, Islam gegen Christen und Juden. Das haben wir ja schon, in Irland sehen wir das, in England sehen wir schon gewisse Ausschreitungen, aber auch in Deutschland gibt es so ein paar Sachen, da berichtet man aber nicht unbedingt drüber. Also auch da, sage ich mal, die einheimische Bevölkerung ist es langsam satt, was ich täglich Messerstechereien, Überfälle, Massenvergewaltigungen. Es wird einfach irgendwann so ein gewisser Zenit, so ein Kippe im Moment ist da und da werden die Bevölkerung gewissermaßen aufstehen. Hoffen wir dann nicht, hoffen wir, dass alle friedlich bleiben, aber so sieht es derzeit aus. Auch politisch natürlich ist da eine gewisse Unruhe, gewisse Spannungen, gewisse Systeme, Sozialist-Systeme wollen eigentlich an der Macht bleiben und wollen gewisse Sachen unterdrücken. Das nächste natürlich auch die Spanne zwischen Arm und Reich, auch das, also diese Kluft zwischen den verschiedenen Bereichen wird immer schlimmer. Und das sind so die verschiedenen Sachen, die auf Europa zukommen, so dieses Jahr, nächstes Jahr definitiv und das sind so Probleme, was die meisten sich gar nicht so durch den Kopf gehen lassen. Riesenprobleme, was natürlich dann einkehrt oder wenn sozusagen die Konflikte zunehmen, sind Lieferkettenprobleme. Die meisten Firmen oder auch Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel, die dort ansässig sind, die haben keine Lagerkapazitäten mehr. Es gibt nur noch Just-in-Time, Just-in-Sequence-Produktion. Das heißt, es wird regelmäßig in der Stadt drei bis vier Mal am Tag teilweise, auf dem Dorf drei bis vier Mal vielleicht in die Woche, ist der Laden leer und voll. Aber das bekommt der Kunde natürlich nicht mit, weil ständig aufgeführt wird. Ist aber eine Lieferkette und Lieferkette ist unterbrochen, dann dauert das natürlich bis oder es dauert relativ schnell ein, zwei Tage, dann sind dort die Läden leer. Das vergessen halt auch viele, weil halt immer alles im Wohlstand, alles in Fülle immer da ist. Das nächste Problem ist, die Versorgungssicherheit. Eine Studie, eine relativ aktuelle, hat gezeigt, dass ein Drittel der Deutschen ungefähr für drei Tage Essen hat, dann müssen sie wieder einkaufen. Das nächste Drittel hat ungefähr eine Woche Essen und das letzte Drittel hat ungefähr ein bisschen mehr als eine Woche. Wenn man aber weiß, dass alle Probleme, die sozusagen auf uns zukommen könnten, plus natürlich die Versorgungsketten kennt, dann weiß man, dass spätestens nach einer Woche oder zwei Wochen die komplette Bevölkerung am hungern ist und es keinen adäquaten Ersatz gibt. Also es gibt keine, oder es gibt kein Essen. Auch die lokalen Bauern heutzutage können nicht mehr selber die Sache anbauen. Es ist nur noch Monokulturen. Es ist nicht so, wie im ersten, zweiten Weltkrieg, dass man sagt, okay, das Land kann sich selber ernähren, sondern es ist eine Masse Monokulturen, was einfach durch den Globalismus natürlich einer sagt, es macht Sinn, dass man jetzt irgendwo billiger, was weiß ich jetzt, Tomaten aus Spanien, Gurken aus da, Fleisch aus Polen und das wird natürlich nach und nach wegbrechen und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Leute, die halt nicht mitgedacht haben. Das ist das, was ich meinte, dieses Pre-Impact-Phase, sozusagen die Frühindikatoren, der Impact und die Post-Impact-Phase. Das ist auch das Beispiel, hatte ich, oder wenn ich immer Seminare mache, sage ich das öfters, Hurricane Katrina. Das war, die Impact-Phase war ein bis zwei Tage. Die Post-Impact-Phase, sprich die Nachwirkung, waren eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre hatte die Region damit zu kämpfen. Die hatten kein Lebensmittel, kein Trinken, die hatten dort Gewalt auf den Straßen, muss durch Söldner, muss das wieder sichergestellt werden und viele sind auch gestorben, weil die einfach dann, was ich, Holz genommen haben, was auf der Straße lag oder aus ihren Möbeln rausgerissen haben, haben damit sozusagen Feuer gemacht und damit dann irgendwo Essen versucht, aufzuwärmen oder anzubraten. Dass da natürlich giftige Dämpfe durch Chemikalien, Lackereien sind, da sind auch viele gestorben und das sind so viele, also einfache Sachen, Anführungszeichen, die die normale Bevölkerung, die sich nicht mit Thema Vorsorge, Thema Sicherheit, beschäftigen, die die gar nicht auf dem Schirm haben. Was wahrscheinlich die Eltern oder Großeltern alle schon instinktiv hatten, weil sie wussten, okay, irgendwo, es gibt immer, es gibt immer temporär und lokal Krisen und die möchte man bloß sozusagen umgehen, um da entweder nicht sein Hab und Gut komplett verschleudern zu müssen oder natürlich dann auch nicht dort notleidend zu sein. Das ist, wie gesagt, war normal, man hat es bloß vergessen. Das ist das eine. Das nächste ist, wenn das passiert, also wenn jetzt Nahe Osten passiert oder auch, wir haben jetzt von den drei Themen gesprochen, Asien, Nahe Osten und auch Russland, einer der Player. Es muss bloß bei einem richtig eskalieren und wir wissen, dass auf der russischen Seite noch gar nicht mehr ansatzweise die Kräfte involviert sind. Wir wissen, dass im Nahen Osten, da auch bis jetzt nur ein bisschen erstmal Anfangsbrodeln da ist, da ist noch gar nicht die Großpower drin. Wir wissen natürlich auch, dass im ostasiatischen Bereich, also China, Thailand, Philippinen, Japan und natürlich auch Korea, dass da natürlich auch viele Kriegsvorbereitungen sind. Also egal, wo was passiert, das Problem ist, es entsteht ein Vakuum. Die NATO verlässt sich darauf, dass sozusagen, oh, Amerika wird schon machen, aber USA kann bloß entweder China machen und so sieht es derzeit aus, dass sie sich auf China fokussieren, Europa muss sich um Europa kümmern, sozusagen um den russischen Bereich, dann plus natürlich plus türkischen Bereich und Israel ist so ein bisschen dort alleine auf verlorenen Posten. Und egal was passiert, wird ein Vakuum entstehen und die anderen Länder werden es ausnutzen. Also wenn das jetzt mit Libanon passiert und sozusagen der Nahe Osten ein bisschen eskaliert, wird Taiwan kommen, zusätzlich wird Russland und natürlich auch Türkei dort ihre Nutzen daraus ziehen. Wie gesagt, es gibt immer Interessen, es gibt nie schwarz-weiß, sondern jedes Land, jede Regierung, jede Person hat gewisse Bedürfnisse und die werden einfach abgearbeitet. Man muss das einfach so neutral und emotionslos sehen, um da eine gewisse Sachlichkeit reinzubekommen, weil Emotionen schaden bloß und machen so eine Art Wahrnehmungsfilter und der hilft uns nicht weiter. So zumindest mal grob zur Einordnung, dass wir natürlich so Sachen wie Blackout und andere Geschichten auch noch mit haben, das würde glaube ich jetzt noch zu weiter führen. Also es ist einfach insgesamt ein Gemisch, wenn man das so sieht, aus mehreren lange schon sozusagen geplanten beziehungsweise lange vorbereiteten Problemen oder aufgestauten Problemen, sei es die Integration, sei es mangelnde wirtschaftliche Geschichten, sei es auch natürlich die Infrastruktur plus die kriegerischen Sachen. Also alles spitzt sich so zu und das Problem ist, alles trifft sich sozusagen dort in der Mitte und da sind wir und da leben wir gerade und das ist auch die Zeit. Das ist leider die Wahrheit. Und du würdest schon sagen, Marc, entschuldige, ganz kleinen Moment, du würdest vielleicht oder schon sagen, also zur Stunde, da wo wir stehen jetzt, ist es gar nicht mehr abzuwenden, nichts davon, weil das ja so lange geplant ist, es passiert ja nicht irgendwie und die haben sich da so ein bisschen gestritten oder was weiß ich, jetzt mal ganz kindlich ausgedrückt und jetzt könnte man doch sagen, man schickt da so einen Mediator hin und der sagt, hier, passt mal auf, alles ganz gefährlich, wollen wir uns nicht irgendwie einigen, was wollt ihr denn und ihr und dann muss das alles wieder, also das ist doch, wie ich das jetzt verstanden habe aus dem Ganzen, auch mit dieser langen Vorbereitungszeit überhaupt nicht mehr möglich für uns als Volk, die wir ja offenbar auch ein sehr höriges Volk waren in der Vergangenheit, in den ganzen Jahren, vorzüglich ab 2020, das irgendwie zu stoppen oder kann das Volk oder die Völker dieser Welt zur Stunde überhaupt noch was dagegen tun? Was soll ich da sagen? Also prinzipiell kann alles aufgehalten werden, wenn Menschen daran Interesse haben, das Problem ist oder viele sagen, oh, niemand hat Interesse an Krieg, das ist falsch. Der, der nicht hingehen muss zum Krieg und der daran verdient am Krieg, die haben natürlich Interesse, dass gewisse Konflikte kommen. Also an Krieg kann man immer sehr gut mitverdienen, Infrastruktur, Pharmazie, Kredite etc., Wiederaufbau, das ist einfach, also das ist ein riesen, riesen Geschäft. Das war schon immer so und ist so bei jedem Krieg. Am besten ist es sogar, wenn du beide Seiten mitfinanzierst und mitaufbaust, dann hast du natürlich noch das Große losgemacht. Aber natürlich, es kann auch verhindert werden, wenn theoretisch alle aufstehen würden und sagen, hier, wir wollen das nicht, weil die Bevölkerung, egal ob es jetzt auf russischer, ukrainischer, ob es auf deutscher, ob es chinesischer, die Bevölkerung ist meistens immer der Leidtragende. Der, der sozusagen der Soldat, der den anderen Soldat gegenüber sieht, die kennen sich gar nicht und die haben eigentlich gar kein Interesse. Die werden beide geschickt. Das Problem ist halt wirklich die Trägheit der Massen und die leichte Führbarkeit der Massen. Deswegen, aufgrund der Geschichte, aufgrund einfach bloß der Entwicklung und der vorangegangenen Zeiten, würde ich sagen, es ist schwierig. Deswegen, das Einzige, was man machen kann, ist oder auch sollte, ist für sich und seinen Bereich, für sich und seine Familie das Bestmögliche rausholen im Sinne von Vorsorge, Mitdenken, damit man einfach diese Notlage, welche immer wieder kommt, wie gesagt, eine Krise ist, temporär und lokal. Und gibt es, solange es Menschen gibt oder auch nur Menschen geben wird, wird das immer wieder passieren. Das ist halt jetzt ein bisschen überfällig, jetzt wird das mal sich sozusagen entladen. Das hört sich vielleicht ein bisschen makaber an, aber man muss das wirklich so offen und ehrlich sagen. Und dann ist es auch wieder gut. Dann sozusagen entspannt, dann ist wieder Wiederaufbau und Ziel ist jetzt bloß mitdenken, die Basis sozusagen schaffen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist nie was verloren. Also nicht jetzt, oh Mist, das ist viel zu groß, das Spiel sozusagen kann ich nicht kontrollieren, ich kann nicht mit einmischen. Nee, jeder kann für sich seinen Bereich, jeder entscheidet, wenn er früh aufsteht, was er macht am Tag. Ob er sozusagen zu den Gewinnern gehört oder zu den Verlierern. Das ist Mindset. Ja, Marc, du wolltest noch was fragen? Ja, ich wollte zwei Dinge anmerken. Erstens, ganz kurz jetzt auf eure beiden Sachen. Erstens, Krieg bedeutet auch immer, oder eine Krise bedeutet immer auch eine Chance. Deswegen sollte man das durchaus auch mit ins Kalkül ziehen. Das ist das eine. Das, was du jetzt beschrieben hast, wir sind dabei und wir sprechen ja auch oft genug bei mir auf dem Kanal drüber. Wir erleben gerade den Niedergang des amerikanischen oder US-englischen Imperiums. Das ist etwas, wenn wir die Briten noch mit dazuzählen, was jetzt seit über 250 Jahren zusammenbrechen wird. Wir reden die ganze Zeit davon und dass das nicht mit, wie soll man sagen, mit Samthandschuhen passiert und der eine übergibt an den anderen so ungefähr das Zepter, das denke ich, haben wir jetzt langsam alle begriffen. Und es wäre naiv zu sagen, bei uns passiert gar nichts. Also im besten Fall nur der wirtschaftliche Niedergang, nennen wir es mal so, aber wir sollten uns besser auf andere Dinge vorbereiten. Eine Frage habe ich aber, weil du eben von Interessen gesprochen hast und wir hatten es ja kurz mal angewähnt, vielleicht auch nur, haben wir jetzt auch keine Antwort drauf, gibt es denn überhaupt Gruppen, weil das interessiert ja unsere Zuschauer auch, gibt es denn überhaupt Gruppen in Deutschland, die an Deutschland ein Interesse haben und jetzt nicht nur, dass man sagt, das Interesse, dass man Deutschland noch plündern kann, das hat vielleicht die Fraktion über den Atlantik so im Kopf, sondern gibt es bei uns überhaupt im Lande noch Gruppen und Kräfte, die da irgendwo ein wenig zumindest moderierend mit dabei sind. Das ist so eine Frage, vielleicht können wir die auch später beantworten, aber die kamen jetzt eben, weil dann haben wir da zumindest auch einmal eine Basis geschaffen. Ja, schwierig. Richtige Interessensgruppen, die sozusagen dort proaktiv etwas dagegen machen, gibt es eigentlich kaum. Das, was wir haben, sind viele Pseudokritiker oder auch Pseudooppositionen, wo auch viele YouTuber mit auch dazugehören sozusagen, die machen zwar Stimmung und machen irgendwo Kritik, aber sie sorgen eigentlich nicht dafür, dass Menschen zum Handeln kommen. Das ist eigentlich so ein bisschen eines der Hauptprobleme, das Handeln, also im Sinne von Gemeinschaft bilden. wahre Fähigkeiten und Resilienz entwickeln, sondern es ist so ein bisschen wie bei George Orwell 1984, die 5 Minuten Hass. Man regt sich auf und schaut dann wieder das nächste Video und geht dann nach Hause, aber es ändert sich eigentlich nichts. Also es gibt so keine richtigen Gruppen beziehungsweise die Gruppen, die sich da auflehnen würden, die werden sofort unterminiert, zensiert oder anders wie kaputt gemacht. so sieht es leider aus. Jeder, der sozusagen die Wahrheit ausspricht, sollte ein schnelles Pferd haben zu den heutigen Zeiten. Du hattest ja gesagt im Vorgespräch, André, mal noch eine Frage an dich, der Einzelne stirbt. Also wer sich in dieser Zeit nicht verbindet, in einer Gruppe, vielleicht auch in einer kleinen, wenn es hier so zu Bürgerkriegen kommt im Land, nicht zu einem Atomabfall, davon hast du ja auch nichts gesagt, auch nicht im Vorgespräch, sondern eher hier bei uns in der BRD eher so zu Bürgerkriegen, was ja auch ein Wahnsinn ist. Dann sagst du ganz klar, der Einzelne stirbt eher als der Uninformierte, auch wenn er in der Gruppe ist, der Uninformierte, dann überlebt der ja noch länger, weil er ja wahrscheinlich dann vor lauter Panik los einen anderen auf die Oma haut, aber der Einzelne kann sich nicht wehren. Was machen die alle in die Großstelle? Wir sind jetzt durcheinander gekommen, also die Realität hat gezeigt, der Einzelne, der sich vorbereitet, also der einzelne Prepper sozusagen, der überlebt meistens kürzer oder er stirbt eher als derjenige, der sich nicht vorbereitet hat, einfach aufgrund der, der es nicht vorbereitet hat, in der Masse ist und sozusagen das von den Einzelnen nimmt. Also das ist so eins von vielen, vielen Mythen, was viele haben, so ein bisschen, oh, ich mache alles alleine, ich habe hier einen tollen Rucksack oder für ein Jahr Essen und mir kann nichts passieren. Nee, du musst das, was du hast, musst du auch verteidigen und halten können. Das ist ein Riesenproblem und vielleicht um die Szenarien oder dort ein bisschen noch präziser zu werden. Ich habe nicht Angst vor einen Russen, vor einen Chinesen oder vor irgendwo einer anderen Armee. Das größte Problem, was ich jetzt in Zentraleuropa sehe, ist der Bürger und Nachbar nebenan. Der Bürger, der nicht vorbereitet ist, der dann panisch ist und das ist auch wiederum psychologisch belegt, dass ein Mensch, der einfach fünf Tage lang kein Essen, bisschen trinken, Schlafstörung, Angst, der wird irgendwann mal vom Einstein zum Neandertaler, sprich, dein lieber netter Nachbar, den du jeden Tag grüßt, wird vielleicht am Tag eins zu dir rüberkommen und sagen, hier, hast du eine Ravioli, sagst, ah, okay, ich kann dir mal eine geben, aber mehr habe ich auch nicht, muss aufpassen. Der wird am zweiten Tag, wird er vielleicht klopfen, wird er ein bisschen schon Nachdruck machen und irgendwann, wenn er selber eine Frau hat, die, ich sag mal, hungert, Kinder, die schreien, wird er irgendwann mal über Lebensmodus gehen, auch das wiederum ganz normal, der Mensch stellt seine Emotionen ab, geht dann eher ins Triebverhalten und dann irgendwann wird er nicht nur klopfen, sondern er steht mit der Axt bei dir an der Tür, trischt die ein und holt sich das Essen und das ist, wie gesagt, das hört sich jetzt makaber an und oh, wie kann man das denn machen oder sagen, aber das ist die Realität, das ist die Menschheit, ohne Gesetz und Kontrolle, wenn sozusagen keine Strafverfolgung da ist oder wenn sozusagen das Überleben davon abhängt. Das ist sozusagen das. So wie ich das zumindest sehe auch in unserer Gesellschaft, dass wir doch sehr verweichlicht sind, weil wir ja doch augenscheinlich sehr lange Frieden hatten und Luxus. Und in solchen Gesellschaften ist es ja auch klar, warum sollst du dich denn gegen was auch immer wehren? Also es wird ja nicht mal mehr diskutiert mit jemandem, und du, was weiß ich, und selber was geklärt, sondern dann nehme ich mir einen Anwalt. Ist doch ganz weit verbreitet. Oder da mache ich eine Anzeige gegen dich bei der Staatsanwaltschaft. Oder da erwirke ich eine einstweilige Verfügung, ihr zu sagen, geh mir aus der Sonne. Es wird ja miteinander oder schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte vorher nicht mehr geredet, sondern jeder hat jemanden, den er dann bezahlt, Luxus, der dann die Probleme klärt. Das ist das Prinzip der vier Generationen, was du ansprichst. Ja, das meine ich damit. Und das ist ja dann auch im Grunde kein Wunder, wenn dann andere Kulturen hier hereinkommen, die sagen, so geht es nicht, und eine draufhauen. Dass der andere sagt, der hier wohnt, aufgewachsen und sozialisiert ist, ich muss ja erst meinen Anwalt fragen. Und ich denke schon, alleine aus diesem Grund ist das in einer verweichlichten Gesellschaft für viele so unglaublich, unglaublich einfach, dass hier es zum Krieg, zum Bürgerkrieg kommen könnte, zu Lieferkettenunterbrechungen. Ja, ich muss doch in den Supermarkt, das können die doch nicht machen. Es heißt ja immer, das können die doch nicht machen. Auch die Ärzte, die können mich doch nicht schädigen. Das können die nicht. Dann, dann verklage ich ihn. Ja? Auf dem Sterbebett vielleicht und so weiter. Und all das hat man ja im Grunde komplett eingeworfen. Das hat man ja seit 2020 ganz deutlich mal gezeigt. Aber ich denke, das Ganze hängt ja viel tiefer. Das ist ja nur der Rand, der mal so ein bisschen aufgewühlt worden ist. Aber der Eisberg, der da drunter, das ist ja viel tiefer und breiter. Und ich weiß nicht, wie man die Leute zusammenkriegen kann, ja, wenn du sagst, also, wenn die Völker zusammenhielten, alle, alle, das wäre jetzt mal nur wenn, konjunktiv, dann könnte es zum Krieg nicht kommen. Kein Armist würde, kein Pilot würde, sonst was. Würde eigentlich mitmachen. Was soll dann gehen? Gar nichts geht dann. Aber es passiert ja nicht, woher diese extreme Hörigkeit, auch aus Länderübergreifenden, also aus anderen Ländern, die eigentlich gar nicht so muschihaft sind, denen muss doch durch die Propaganda auch was erzählt werden, dass die auch aufstehen. Also das ist dann wahrscheinlich eher wieder Religion, weil Allah will das bestimmt und so weiter, uns Ungläubige und so weiter, Kopf kürzer machen. Und dieses ganze Spiel, denke ich immer, dass das gar nicht einzelne Regierungen untereinander austragen, sondern dass es da doch diese größere Macht gibt, Geld und Macht, diese größere Macht, diese Familien, diese IT-Konzerne, diese Vermögensverwaltungen, die da als Dach sitzen und sagen, jetzt lassen wir die mal alle durcheinander höppen. Weil wenn das so ist, dann dürfte 0, 0,0 vom Volk mitgetragen werden. Nur dann hätte man eine Chance. Aber so sehe ich leider keine und ich hatte halt deswegen dir diese Frage gestellt, ob du eine siehst, persönlich, siehst du eine, da noch rauszukommen? Ich persönlich, ich hoffe zwar immer das Beste, bereite mich aber auf das Schlimmste vor und ich sehe da eher schwarz. Einfach aufgrund der Erfahrung, aufgrund der geschichtlichen Ereignisse sehe ich da schwarz. Vielleicht der Zuschauer kann vielleicht das ein oder andere nicht verstehen, was wir vielleicht ansprechen. Das Vier-Generation-Modell, vielleicht um das nur mal kurz zu erklären, wird jeder kennen, wenn ich es jetzt sage, aber vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber. Die Vier-Generation-Modell ist einfach eine Wiederholung sozusagen im Lauf der Geschichte der Menschheit, wo schwere Zeiten starke Männer machen, starke Männer gute Zeiten, gute Männer schwache Menschen, schwache Menschen, dann wieder Schlechtzeiten. Und das wiederholt sich immer währenddessen, was man dann einfach bloß als Dekadenz und als diese Hybris bezeichnen kann, die wir jetzt haben. Ja, und da fängt es im Grunde wieder von vorn an. Also der Mensch kann, wenn man es so will, die einen bauen auf, die anderen halten es am Leben und die Nächsten, die reißen es wieder ein oder ja, durch die Dekadenz denken, das ist zwar eine Umweltsau, aber sie genießen ja doch den Luxus von der Umweltsau, aber sich selbst dann sozusagen zu verkaufen als, ich bin ja so nett und so rot-grün und ich habe kein Auto und ich habe das alles nicht, aber Mama, du musst mich dann abholen und zum Flughafen fahren. Aber ein eigenes Auto, ein eigenes Flugzeug habe ich ja nicht. Also sich dahinter zu verstecken und dieses dann so offiziell zu propagieren, ist ja doch so, dass bei vielen das Gehirn gewaschen wird, dass sie sagen, irgendwie stimmt da was nicht, weil ich verstehe es nicht, dann verstehe ich bestimmt was nicht, ist sich selbst zu vertrauen. Das ist eben diese abgesprochene Eigenverantwortung, die abgegebene Suche von Eigenverantwortung. Ich habe einen Anwalt, ich habe einen Arzt, wenn ich was habe, gehe ich dahin, wenn ich was anderes habe, gehe ich dorthin. Und nicht selbst zu sagen, naja, mein Gott, ich habe einen Schnupf, ich bleibe mal ein paar Tage zu Hause und trinke einen Tee. Zum Beispiel, ich habe einen Husten, ich rauche jetzt mal eine Woche nicht. Ganz schwierig für mich, aber trotzdem, dann ist der Husten schon wieder weg. Dann muss man nicht zum Arzt rennen und Antibiotika essen und sich irgendwas anderes ranziehen. Und Schlimmeres. Ja, ich wollte halt nur noch mal auch wissen vom Marc, wie schätzt du die Lage ein? Also ich sehe es ja auch als sehr schwarz an. Würdest du das auch? Oder weil du bist immer der Optimistischste noch. Naja, ich sehe es natürlich, diese Dinge auch seit Jahren kommen. Ich habe mich auch mit vielen Dingen vorbereitet in irgendeiner Art und Weise. Müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Was ich gelernt habe, ist das Wichtigste, du musst im Zweifelsfall Fähigkeiten haben und vor allem, du brauchst ein gewisses Mindset. Und dazu gehört, klar zu erkennen, was ist Phase und was ist nicht Phase. Und die Träumereien einfach mal zur Seite zu legen. Ich habe mich 2015, wie das vor der Tür stand, wir schaffen das, habe ich mich intensiv auch mit den Themen dahingehend beschäftigt, auch im Verein, Schützenverein und wir machen das und jenes und sonst was. Das ging aber immer nur über einen gewissen Punkt in der Gruppe, in der ich war, kam es bis dorthin und jetzt haben wir unsere Festung und die verteidigen wir. Ich sage mal, ähnlich wie bei Walking Dead und dann haben wir ein Haus und da ist dann genug Munition und sonst was. Das hieß aber nur, wir verteidigen dann das Haus des einen, der es zur Verfügung gestellt hätte und dann war aber eigentlich Ende. Sondern der Punkt ist, ich habe eines gelernt, du kannst dich auf gewisse Dinge vorbereiten, aber wenn dann Ereignisse eintreten, dann hast du plötzlich eine ganz neue Lage. Man sagt im Militärischen auch, jeder Plan überlebt den ersten Schuss nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, was aber war und das war das viel Wichtigere, sich mit diesem im Kopf damit zu beschäftigen, nämlich, dass wenn irgendein Ereignis zu dem Zeitpunkt X eintritt, dann bist du vielleicht irgendwo ganz woanders, nicht da, wo du deinen Bunker hast und dein Alles drin ist, sondern du bist ganz woanders. Du musst dich damit auseinandersetzen, dass du eventuell erst mal alleine bist, dass du vielleicht deine lieben Eltern, Großeltern plötzlich in dem Nicht mehr siehst, dass du die nicht rausholen kannst und sonst was und hin und her. Geht nicht, sondern du bist auf dich allein gestellt und das sind Dinge gewesen und ich kann euch echt sagen, da waren auch Seelenschmerzen mit dabei. Meine Großmutter hat damals noch gelebt, die war 95 2015 und sich vorzustellen, dass du das jetzt zurücklassen musst, dass du die nicht mehr sehen wirst oder selbst wenn du noch mal hingehst und sagst, jetzt gehe ich zu meiner Gruppe und jetzt verlasse ich, ich werde aber meine 95-jährige Großmutter nicht mitnehmen können, nur mal plakativ dargestellt. Das ist der erste Punkt im Mindset, sich damit auseinanderzusetzen. Ob das dann alles so kommt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wie gesagt, du nimmst niemanden mit, der dir nichts bringt. Also sprich, welchen Nutzen bringst du für eine Gruppe? Was bringen dir Neuankömmlinge? Das wird sich finden in so einem Zeitpunkt. Das haben auch Leute aus dem Jugoslawien-Krieg erzählt. Wie gesagt, die waren dann plötzlich in einer Situation in einem Dorf eingekesselt von serbischen Truppen und alles, was unter 13 Mann war, hat keine Chance gehabt. Du wirst dich zusammenfinden. Das waren die Familien. Das haben wir heute fast nicht mehr. Vielleicht findet man sich auch in der Nachbarschaft zusammen in dem Moment, wo es dann losgeht. Aber du brauchst nicht mehr anfangen, jetzt irgendwelche Leute zu überzeugen und ja, und mach das und jenes und sonst was. Das kannst du komplett vergessen. Entweder jemand hat das Mindset dafür oder ist bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kannst du nur in kleineren Gruppen tun oder du brauchst da auch keine Zeit mehr verschwenken. Geh mit den Leuten ein Bier trinken, habt ihr gute Zeit miteinander, aber alle, die da nicht irgendwo in der Art und Weise drin sind, vergessen. Also das ist meine Erfahrung. Wir schauen uns das Geopolitische an. Erweng, was geht immer, weil auch Regionen werden sich dann wieder zusammenfinden und sagen, Nürnberg-Förd ist so ein Thema. Da werden die Streitigkeiten vielleicht dann weg sein und sagen, wir halten jetzt zusammen. Das wird sich finden. Aber es wird diese ganze Unterstützung für alles, was nicht dazu gehört zum Klaren oder nicht dazu, das wird wegfallen. Ganz schnell. Das muss man auch dazu sagen und dann sollte man einfach wissen, wer ist sein Freund, wer ist sein Feind. Du hast das vorhin erwähnt, die Sicherheitsbehörden werden auch erst mal an sich, an ihre Familien denken und dann an alles andere. Also was das kleinste Problem ist, dann die Steuern zu zahlen, wenn sowas eintritt, weil da kommt dann keiner mehr. Also das vielleicht als gute Nachricht dahinterher sollte man rauszögern. Was ich sehe ist, man kann sich mit der geopolitischen Lage natürlich auseinandersetzen. Wer vielleicht doch die Möglichkeiten hat, kann auch sagen, okay, ich packe jetzt meine Sachen und ich suche mir eine Ecke aus und da gibst du ja auch durchaus, glaube ich, Seminare drüber, in welche Ecken man theoretisch gehen könnte. Wir hatten da vorhin so eine Karte, da waren dann linksrheinische Gebiete nicht als Konfliktgebiet, als Kriegsgebiet mit drauf. Ich würde sagen, ich würde mich von allem Amerikanischen weit fernhalten. Und vielleicht sind dann tatsächlich eher so die Gegenden im Gebirge erfahrungsgemäß, auch über die letzten Jahrzehnte war das immer so, alles was Gebirge ist, ist eher uninteressant für Militär. Alles was flachland ist, kann ein wenig blöd sein. Wie gesagt, schaut euch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine an, das ist eine Blaupause. Und solange das gewollt ist, dass das in einem gewissen Bereich stattfindet, so wie wir es jetzt die letzten zwei Jahre gesehen haben, findet das da statt. Wir erleben gerade eine Ausweitung und das wird sich irgendwo manifestieren die nächsten sechs Monate. Das ist zumindest meine Einschätzung. Wir werden das weiterhin beobachten. Und das Wirtschaftliche, was bei uns passiert, wie du es gesagt hast, André, die großen Firmen gehen weg, Leute machen ihre Betriebe zu, weil sie keinen Sinn mehr sehen. Man muss sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir können auch sagen, in einer wirtschaftlichen Situation, nur von der Rezession, gewisse Unternehmen gehen unter und neue entstehen. Die Fähigkeiten liegen in jedem selber. Das ist aber die gute Nachricht und das ist wieder zu dem Thema, wir müssen in den Reihen kommen und sagen, welche Fähigkeiten haben wir, was können wir tun und darauf können wir aufbauen. Alles andere Materielle ist vergänglich. Jetzt bin ich vergänglich. André, könntest du vielleicht für uns noch mal die Stimmung in den Behörden, die du so auffängst, mit denen du vielleicht noch kommunizierst, auch von deiner damaligen Beschäftigung auszugehen als Kommandosoldat, die du so auffängst zu uns oder den Zuschauern mal so ein bisschen nahe bringen. Also ich fange ja auch gewisse Stimmungen auf, noch von meinen Ex-Polizisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Ex-Kollegen und so. Wie siehst du das? Welche Stimmung fängst du so auf zur Stunde? Wir haben ja noch relativ gute Verbindungen hin und das ist jetzt nicht nur Deutsche, sondern komplett Europa, NATO, auch viel zu den Amerikanern. Die Masse weiß schon, was grob passieren wird. Die spüren das, die sehen das, weil die sind natürlich sozusagen am Boden. Also der Polizist irgendwo in, was ich, in Ghetto oder was ich jetzt, Stuttgart, Berlin, sonst was, die merken, okay, oh, es wird immer unkontrollierbar. Das, was ich mitbekomme, aber schon seit Jahren ist, die wissen, es wird irgendwann sich entladen. Irgendwann ist dieser Kipp-Moment da. Das ist ja das Problem oder nicht Problem, das ist diese Besonderheit bei den Deutschen. Bei allen anderen Franzosen oder Spaniern oder sonst was, da ist es ein Tauziehen. Also irgendwas passiert und die Bevölkerung reagiert. Das Problem ist bei den Deutschen, die harren aus und machen nichts und machen nichts und irgendwann entladen sie sich. Dann wieder halt meistens richtig, richtig schlimm. Das, was ich so mitbekomme von den Behörden, ist, dass egal wer, und das ist ja diese Doppelrolle, was viele vergessen. Viele denken in der Krise, oh, jetzt kommt, was weiß ich, Feuerwehr, jetzt kommt Rettungsdienst, kommt ADAC, wenn mir irgendwas passiert, keine Ahnung, und Lieferant wird auch noch kommen. Also alle helfen mir und alle machen was. Das Problem ist, jetzt beispielsweise am Ahrtal, okay, irgendwo ein Tempo oder lokal irgendwas Kleines passiert, aus der ganzen Region oder ganz Deutschland, ganz Europa, kommen Leute hin und helfen. Das Problem ist, später ist es überall, also im ganzen Land oder im ganzen Kontinent und dann kommt halt keiner mehr. Man muss halt lokal helfen und die Behörden, mit denen ich zumindest gesprochen habe, egal ob es Polizei ist, egal ob es Feuerwehr, Rettungsdienste, alle sagen, alle sagen, also nicht nur irgendwie 50%, sondern 100% sagen, wenn das passiert, nehmen wir unsere Dienstwaffen, gehen nach Hause, verteidigen uns und unsere Familien. Keiner wird sich, also zumindest mal offiziell, wenn sie es wahrscheinlich nicht sagen, auch inoffiziell sagen, keiner wird dort sozusagen seinen Arsch hinhalten, auf der Straße gegen Tausende, Hunderttausende irgendwo versuchen anzukämpfen, weil die sind die Ersten, die sind die Sündenböcke. Das ist das, was man so sieht sozusagen vom Staat, ob es jetzt von gegnerischer Seite ist, also Clans oder Kriminelle oder natürlich auch von Wutbürgern, die sozusagen irgendwo Frust, Frust auf sozusagen gewisses Versagen haben. Auch der Rettungsdienstmann oder der THW, also das sind sozusagen die Gesichter sozusagen der Oberen und das wird, die kriegen halt relativ schnell dann eins auf die Mütze und deswegen sagen die, tun wir uns nicht an, wir schauen, dass wir uns und unsere Familien irgendwie helfen können und mehr nicht. Also das ist eins der vielen Mythen. Es gibt ganz, ganz viele Mythen sozusagen, was sozusagen die Unvorbereitete hat, womit der sich gar nicht auseinandersetzt, weil er einfach sozusagen in seiner Blase, in seinem Wahrnehmungsfilter denkt, alles ist gut. Genau deshalb wollen wir hier so ein bisschen aufklären. Also ich habe dieselben Informationen wie du oder auch, oder ähnliche, also dasselbe erstmal, ja, also da mache ich da nicht mehr mit, das war es dann, ja, also viele sind da nur und sagen, ja, ich hoffe ja noch, dass ich meine Rente schaffe, ich bin nur noch ein Jahr davon entfernt oder sonst irgendetwas, ja, gerade Beamte oder eben auch, ach, ich lasse mich krank schreiben, durchweg. Bin ich schon, mache ich auch weiter so, ich bin doch nicht verrückt und ziehe einen Krieg für unfähige Leute, die sich Regierung schimpft zum Beispiel. Also das muss man ja mal so ganz ehrlich sagen, nur dass die Zuschauer das auch wissen, ja, dass im Ernstfall da keine Hilfe von niemandem zu erwarten ist. Man muss auch das Menschliche natürlich sehen, dass man dann irgendwann an einem gewissen Punkt sagt, ja, wofür eigentlich? Ihr reißt hier alles nieder und ich soll dann gegen, also in dem Bürgerkrieg, gegen Leute, die wirklich Soldaten von außerhalb sind, kämpfen oder sowas, also die jetzt nicht als Soldaten ausgezeichnet sind, sondern die aber welche sind, Kämpfer halt aus anderen Ländern, sozusagen deutlicher kann ich hier nicht werden. Die Abschlussfrage, die ich an dich habe, André, ist die zum Gold. Es wird ja doch auf vielen Kanälen immer wieder gesagt, entweder Gold führt dich durch die Krise oder Silber halt, Edelmetalle oder eben Bitcoin. Ich hätte gern mal noch da eine Antwort von dir. Wie stehst du dazu? Gold, Silber oder eben Bitcoin? Alles andere würde uns absolut nicht durch die Krise, ja klar, das Fiat-Geld, das ist mir schon klar, absolut nicht, aber diese zwei Sachen kommen immer wieder. Ja, das Problem ist, wer das empfiehlt mit Gold, also Gold, ja, Gold hat schon seit Jahrtausenden funktioniert das, als Werterhalt wird das auch heute noch funktionieren. Also sozusagen, wer alles, wer alle Vorbereitungen getroffen hat, für den ist Gold vielleicht noch als Werterhalt gut, um das einfach über die Krise zu bringen. um selber in der Krise und keiner weiß, wie lange die ist, drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, innerhalb der Krise handeln damit. Das ist reine Fiktion. Das ist einfach, die Leute behaupten dann, okay, hat schon 5000 Jahre funktioniert, wird also wieder funktionieren, das ist aber komplett andere, andere Ausgangslage. Früher waren die, sozusagen die Völker waren homogen, die haben untereinander, haben die gehandelt, einer kam an mit einem Schwert und sagt, hier, ich möchte handeln, der andere kommt mit einem Schwert und sagt, okay, ich habe etwas anzubieten. Also es war sozusagen ein gewisses Vertrauensverhältnis da und sozusagen der andere konnte sich schützen. Was haben wir jetzt? Viele, die jetzt sozusagen Gold holen oder jetzt gewisse Vermögen haben, die sind entweder alt, schwach, wehrenfähig und sie sind in der Minderheit. Sie treffen auf eine Bevölkerung oder Menschen, die jünger sind, brutal, rücksichtslos und eine Masse haben. Das heißt, wenn jetzt versucht, jemand in der Krise Gold zu tauschen und dafür, was ich, Ravioli-Dosen, Hygiene oder sonst was, wird der Gegenüber, der das hat oder was ich auch, Wasser-Monopol hat, der wird lachen. Der wird sagen, entweder wird er den abziehen, sagen, hier, kannst du ja mal einen Barren rüberwachsen lassen, dafür, dass du jetzt hier eine Flasche kriegst oder er wird, und das ist wahrscheinlicher, zumindest mal so die behördlichen Informationen, die Leute werden ausgeraubt. Also das ist lächerlich. Also wer denkt, dass man sozusagen mit Fairness, Menschlichkeit, dort durchkommt, das ist vorbei. Weil das ist genauso, man braucht Vertrauen, man braucht eine gewisse Absicherung, das ist in der Masse nicht da. Das mag bei homogenen Gruppen klappen, aber nicht in einem kompletten Mix aus Kulturen, aus Religionen und wo jeder den anderen sozusagen Feind ist, da ist einfach, sage ich, investiert in Stahl und Blei, besser als Gold und Silber, das hilft da definitiv mehr. Und ansonsten, wenn wir beim Tauschmittel sind, begrenzte Waren, die des täglichen Alltags sind, Alkohol, Kaffee, Schokolade, Batterien, Hygieneartikel, medizinische Produkte, also wirklich Sachen, die man täglich braucht, und die auch klein sind, wo man zur Not auch mal Halt machen kann, auch wenn man jetzt Alkohol macht. Keine ganze Flasche Alkohol geben, sondern nehmt eine große Flasche Alkohol und füllt die ab in kleinere Behältnisse, um da einfach sozusagen den Wert runterhandeln zu können, beziehungsweise einfach präziser zu sein. Das zumindest mal dazu das Hauptproblem ist, vielleicht um das mit einzubinden, die Masse versteht nicht, wie sozusagen die Vorsorge richtig klappt. Das, was bei den Haupt, ich nenne es mal YouTuber oder Influencern, verbreitet wird, entweder, oder nicht entweder, die meisten Influencer haben null Erfahrung. Die haben keine eigene Vita im Bereich der Krisenvorsorge oder irgendwo was mit Krieg zu tun hat. Die haben sich angelesen oder können einfach gut reden, können es gut verkaufen. Das ist das Hauptproblem. Die, die groß oder die, die viel reden, werden gehört und die richtigen Profis, die halten eigentlich die Klappe. Das ist natürlich die Masse, will verkaufen. Also viele Influencer wollen verkaufen, wollen Material verkaufen und jetzt geht es darum, oh, kauf, was ich, kauf jetzt dieses Messer, dann wirst du überleben. Das ist sozusagen eine Art schnelle Befriedigung durch Konsum und damit hat man dann für sich mental abgehackt, oh, jetzt bin ich vorgesorgt, jetzt habe ich den Rucksack, jetzt habe ich das Messer. Aber eigentlich lügt man sich bloß selber in die Tasche und die Verantwortung in die Tasche. Weil die reale Vorsorge, wenn man wirklich es ernst betreibt, ist die unterste Linie, die unterste Stufe, ist die Binde der Unwissenheit abzusetzen. Also sprich, welche Manipulationstechniken und welche sozusagen Informationen bekomme ich tagtäglich, was ist wahr, was ist falsch. Das muss man als erstes ablegen. Danach kommt das Mindset, Resilienz, wie weit kann ich gehen, also auch der Wille, plus gepaart mit Gesundheit. Ein Körper, ein gesunder Körper und natürlich auch das Mindset ist wichtig, weil das bringt nichts, das eine oder andere hast ein Ungleichgewicht. Und danach kommen die Skills, die Fähigkeiten. Oh, Überlebensfähigkeiten, wie kann ich vielleicht irgendwas bauen, irgendwas machen, wie kann ich Feuer machen, wie kann ich Wester überqueren. Und dann, am Ende, kommt das Material. Das Problem ist, das, was verkauft wird, ist nur die Spitze des Eisbergs, weil natürlich die wenigsten eine Ahnung haben, a, über mentale, sag ich mal, Prozesse oder sozusagen über diese eigentlichen Fähigkeiten der Manipulation. Und jeder denkt, oh, ich werde nicht manipuliert. Falsch. Jeder Mensch auf den Globus wird 360 Grad von, also 24-7 komplett manipuliert mit einer Art wie einem Werkzeugkasten. Da gibt es dann, was ich, 400 verschiedene Methoden, die zielgruppenspezifisch sozusagen auf jeden zugeschnitten werden durch Mikro-Targeting und dann sozusagen durch Nudging und andere Verfahren einfach hingelenkt werden. Also das ist, das Erste ist, jeder wird belogen, jeder wird betrogen, man muss erstmal die Sachen erkennen. um sozusagen dann in die nächsten Stufen zu kommen. Es bringt nichts abzukürzen, zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen Rucksack oder oh, ich weiß, dass es wie Feuer machen geht. Warum soll ich wissen, wie Feuer machen geht, wenn ich vorher ordentlich vorgesorgt habe, wenn ich sozusagen mich vielleicht gar nicht in die Situation erst begebe. Also es sind viele, viele Situationen, die man sozusagen gar nicht machen muss. Also man muss gar nicht in die Extreme gehen, ja, sondern einfach bloß ein bisschen vorher mitdenken, so wie er es auch mag, macht. Jetzt was ich vorher irgendwo rausziehen aus den Situationen, dann vielleicht gar nicht erst sozusagen in diese Hotspots zu kommen, wo man dann die Fähigkeiten braucht. Weil du das vorhin angesprochen hast, dass die Bevölkerung aufstehen soll oder wie auch immer. Das wären aber dann genau solche Hotspots. Und wie wir es auch vorhin gesagt haben, auch die Bevölkerung und in der Bevölkerung haben wir Gruppen und diese Gruppen haben Interessen eigene. nennen. Das sollte man nie vergessen. Wie es der Andrea auch gesagt hat, der Nachbar hat ein Interesse, dass er seine Familie, seine Frau oder was auch immer am Leben erhält. Das ist die eine Geschichte. Also wenn ich was machen kann, dass ich sage, entweder die Klappe halten, dass der das nicht weiß, das ist Punkt eins, oder dass ich sage, okay, wo finden wir gemeinsame Interessen? Sind wir wieder bei der Kommunikation? Ist natürlich schwierig, wenn der gar nicht in dem Sinne dabei ist. Also ich sehe wirklich, das, was die meisten jetzt machen können, ist natürlich kann man sich jetzt nochmal mit diesen Themen auseinandersetzen, aber rennt jetzt nicht und kauft alles ein, was er irgendwo seht. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, setzt euch mit den Dingen auseinander, setzt euch mit den Informationen, die ihr bekommt, auseinander. Wie du schon sagtest, jeder von uns hat irgendwelche Google-Algorithmen laufen, was weiß ich, Katzenbilder bringen dich zur Katzenschmusedecke und was weiß ich, wenn du dich mit dem und dem interessierst, kommst du zu dem und dem, damit du kaufen sollst, konsumieren. Thema Vermögensvorsorge und so weiter, sind natürlich alles Dinge, die sind wichtig und immer von dem ausgehen, Basis schaffen, Wissen, Kopf irgendwo zusammennehmen und dann kommt der Rest. Wie gesagt, das ist ein großes, wirklich ein ganz großes Thema, das kann man einzeln abarbeiten und Wissen sich zu vermitteln oder anzutrainieren, ist eigentlich aus meiner Sicht das Wichtigste. Der Rest kommt dann schon. Nicht auf die Demo gehen, wenn vielleicht angekündigt, dass es zu Schlägereien kommen könnte oder wenn es komische Anzeichen gibt und das spüren wir ja meistens, dann halte ich mich von gewissen Dingen einfach fern. Dann komme ich nicht in diese Bredouille, vielleicht irgendwas dann tun zu müssen. Das ist zumindest noch so mein Einwurf, den ich hinten nachbringe. Ja, so eine Einstellungssache, genau. Ich wollte halt wissen, also ich fand das ganz wichtig, auch an euch beide, zuerst mal auch diese Phasen nicht zu überspringen, diese vier Phasen, von denen André gerade sprach. Also wenn du nicht resilient genug bist, dann brauchst du den Rest auch nicht machen, weil du wirst sowieso nicht überleben, selbst wenn du weißt, wie Feuer zu machen ist, weil du drehst durch. Du wirst hysterisch oder cholerisch oder sonst was, ja. Und da wollte ich gerne mal wissen, André, machst du das in deinen Workshops, also zugeschnitten auf eine kleine Gruppe oder wie läuft das ab? Könntest du das vielleicht für die Zuschauer mal kurz noch hier schildern? Ja, das Buch, wie gesagt, hatte ich ja jetzt innerhalb von ein Jahr geschrieben. Und da sind eigentlich die Sachen drin, die ich seit zehn Jahren schon ausbilde. Ich mache ja auch viel Krisenvorsorge für wohlhabende Familien in Deutschland oder auch internationale Familien höheren Ranges. Und da habe ich einfach bloß die Erfahrung mit reingemacht, die einfach effektiv und praxisnah ist. Also ohne die Masterfeuer etc., sondern auf was kommt es an? Auf was kommt es an, ja. Bei den Kursen, die ich gebe, geht es eigentlich einmal um eine Art intellektuelle Selbstverteidigung, also sprich, die Sachen erkennen, um einfach selber etwas machen können. Also alles, was ich mache, auch was ich, wie kann man in der Masse untergehen? Als Grayman, wie kann man sozusagen untertauchen? Weil das ist ja so das Hauptproblem bei panischen Massen, dass man dann aufhält, als derjenige, der vorbereitet ist. Oder wie kann man sein Auto vorbereiten? Also sozusagen die Fähigkeiten aus dem behördlichen Background plus natürlich noch als Mediator und andere Sachen habe ich dort reingemacht, damit einfach eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht nicht darum, jetzt was vorzukauen. Hier, mach das, lies das, sondern ich gebe die ganzen Punkte vor, damit man selber weiterdenkt, selber mitmacht. Und das auch dann natürlich auch nicht nur in Theorie, sondern in Praxis auch anwenden kann. Im Grunde ist es so, dass du das übst, also so wie wir, du jetzt zum Beispiel als Ex-Soldat, ich als Ex-Polizistin, dass man Schießen übt oder Jujutsu, Karate, sonst was übt, um dann im Ernstfall das ohne zu überlegen anwenden zu können. Also man weiß es, man hat eine Sicherheit. Ich weiß einfach, darauf kann ich total vertrauen, das sind meine Fähigkeiten, darin bin ich einfach unschlagbar gut. Na, dann hat man ja ein ganz anderes Selbstvertrauen und daraus entsteht diese Resilienz. Du hast das also nicht nur in deinen Kursen, und du sagtest gerade eher für Wohlhabende. Ist es denn auch für etwas Ärmeren, muss ich jetzt mal sagen, weil das kommt bestimmt auch von meinen Zuschauern, da hat nicht jeder viel Geld, sondern sie sagen, ja, super, und wir können es uns wieder nicht leisten. Könntest du da, machst du da etwas oder gibst du da vielleicht auch online mal einen Kurs für kleines Geld? Gibt es sowas bei dir schon oder ist das angedacht? Ja, also ich mache das für die normale Bevölkerung, mache ich das sozusagen schon, auch aus Sparflamme, also relativ auch günstig, weil mir ist wichtig, die Gruppe ist bloß so stark wie das schwächste Glied. Je mehr Menschen vorbereitet sind, umso stärker ist das Gesamtkunstrukt. Deswegen mache ich das relativ eigentlich unterm Herstellungspreis sozusagen, also viele Sachen gebe ich dann so mit raus, weil sozusagen mein Hauptgeschäft sind andere Sachen. Das mache ich sozusagen aus idealistischen Gründen. Und vielleicht noch ein Punkt, den du angesprochen hast, das kommt dann eigentlich aus dem NLP mit, diese Lernprozesse. Jeder Mensch durchläuft diese vier Prozesse vom Lernen. Das erste ist diese unbewusste Inkompetenz. Also du weißt gar nicht, dass du irgendwo ein Defizit hast. Das nächste ist die bewusste Inkompetenz. Also okay, jetzt hast du erkannt, da gibt es vielleicht einen Punkt, eine Lücke, sozusagen, oh, da hast du noch Defizite. Das nächste, was kommt, ist die bewusste Kompetenz. Also okay, du wendest jetzt die Fähigkeiten, die du erlernt hast, wendest du an, aber halt bewusst. Und das nächste kommt, ist die unbewusste Kompetenz. Also du machst vollautomatisch, durchs Muskelgedächtnis, rufst du die Sachen ab. Ob es beim Schießen ist, oder andere Sachen. Und so geht es eigentlich bloß darum, kein Mensch ist perfekt. Jeder hat Defizite, jeder hat verschiedene Fähigkeiten, und Ziel ist einfach bloß so, meine Fähigkeiten, die ich jetzt erlernt habe, über 20 Jahre, sozusagen kompakt, den Menschen weiterzugeben, damit die einfach versuchen können, das Beste jetzt in der Lage noch zu machen, weil es ist nicht mehr viel Zeit, ohne jetzt irgendwie groß, oh, wieder schwarzen Peter an die Wand malen zu wollen. Es ist wirklich kurz vor zwölf. Und das ist... Was würdest du, André, nochmal, ich denke, jetzt die Frage kommt sonst gleich im Kommentarbereich, wie viel ist nicht viel Zeit? Für manche ist das eine Woche, für manche ist das ein Jahr, oder liegen wir dazwischen? Also wir haben jetzt sozusagen im Herbst haben wir die nächste Eskalationsphase, im Herbst, und dann spätestens nächstes Jahr im Frühjahr, also April, Mai, haben wir da die Phasen. Das, was wir gesehen haben, ist meistens, dass wir in der kälteren Perioden, also in der Winterzeit, dass da eher so ein bisschen die Leute noch ruhig halten, still halten, so ein bisschen Sitzkrieg mäßig, aber dann, wenn es wärmer wird, sozusagen zur Art Frühjahrsoffensive, dann wird das schon schlimmer. Also jetzt als nächstes, was wir erleben werden, ist einmal natürlich Nahosten die Eskalation, die Spannungen mehr auf den Straßen, und was wir dieses Jahr jetzt schon haben werden, im Herbst, ist einfach die massive, der massive Rückgang der deutschen Industrie, oder allgemein der Industrie, und da natürlich Massenarbeitslosigkeit, und da nehmen natürlich auch schon Spannungen zu. Also wenn ein Familienvater, jetzt egal welcher herkommt, welcher Ethnie, wenn ein Familienvater einfach seine Existenz verliert, und er kann gar nichts dafür, und er muss seine Kinder ernähren, Frauen ernähren, er kann seine Miete nicht mehr zahlen, seine Rechnung, also es sind einfach viele, viele psychische Probleme, die dann einfach auf die Leute zukommen, dann trinken die mehr, nehmen ja, was weiß ich, auch mehr Drogen, also das ist eine Spirale, oder so ein Rattenschwanz an Problemen, der einfach mit wirtschaftlicher Destabilisierung einhergeht, plus natürlich die religiösen oder ethnischen Konflikte, die auch noch reinkommen, also das ist jetzt das Nächste, was wir erleben werden. Meine lieben Zuschauer, es steht im Grunde, wenn ihr euch wirklich mal dazu überwinden könnt, hätte ich beinahe gesagt, es ist nicht als Hörbuch, es ist als Druckbuch zu erhalten, und als E-Book auch. Ne, aber da drin sind 55 Videos, wo ich die Sachen auch noch erkläre, interaktiv. Also ihr habt da wirklich so ein umfassendes, geballtes Wissen, wenn die Nacht kommt. Meine lieben Zuschauer, ich lege es euch wirklich wärmstens ans Herz. Ich werde es euch hier unten drunter, unter diesem Beitrag, unter diesem Interview auch verlinken. Und auch die Website vom André, wo ihr, wenn ihr möchtet, Kurse, Workshops buchen könnt. Ich weiß nicht, André, könnte ich dich da noch zuletzt zu fragen, gibst du auch einzelne Gespräche, Ich mache das jetzt schon eigentlich, da gibt es mehrere Slots in der Woche, wo ich sozusagen Beratungstermine gebe für Einzelpersonen oder Familien. Oder auch hinkomme und dann, was ich, wir sind ja auch mit der Industrie, also ob sie jetzt Safe Rooms irgendwo aufbauen, persönlichen Schutz, Ausrüstung, also sozusagen, ich versuche so ein bisschen so eine 360 Grad Absicherung zu machen und nicht nur irgendwie eine Schablone öffnen drauf, sondern ich schaue mir halt jeden einzelnen Fall an. Wo wohnt der? Wie sind die Verhältnisse? Gibt es Vorerkrankungen? Wie mobil ist man? Also sprich, auch für Bug-In, also bleibt man zu Hause oder Bug-Out, muss man die Stadt verlassen, muss sich da schon Gedanken machen, weil das sind viele Sachen, die kann man wahrscheinlich als Privatperson, wenn man nicht sich damit beschäftigt hat, ist das ein bisschen schwierig, sozusagen, diese ganzen Fragen durchzugehen. Die Leute können dich im Grunde genommen anschreiben über deine E-Mail-Adresse. Genau. Und mein lieber Marc, dir würde ich gern das Schlusswort überlassen. Das ist ganz nett, also Empfehlung ist, ja, beschäftigt euch damit, holt euch das Buch, ich habe es jetzt selber in der Zwischenzeit gegoogelt, sind 40 Euro, die definitiv gut investiert sind. Das Zweite ist, wer es kann, schau sich bitte mal auf der Webseite um, gibt es einen Kurs über die kognitiven Fähigkeiten, wie du es gesagt hast, ja, tut das, weil im schlimmsten Fall kommt die Krise nicht, es geht alles vorbei, der weiße Ritter kommt doch noch aus dem Himmel, es scheinen irgendwelche Einhörner und aus ihrem Hintern kommt der Regenbogen und Sternenschweif. So, dann habt ihr euch Fähigkeiten zugelegt, die ihr auch in anderen Situationen in der persönlichen Kommunikation, in der Verhandlung oder whatever einfach nutzen könntest. Also, die Empfehlung, bildet euch weiter, das ist für relativ kleines Geld zu haben, sonst schreibt uns an, die Angie oder mich, dann kann man gucken, ob man da vielleicht auch mal weitere Videos irgendwo macht, wo man vielleicht auf das eine oder andere eingeht, aber es gibt im Leben nichts umsonst. und das ist auch noch mal eine Botschaft, Wissen ist Macht und Hohlschuld und wir können es im Moment noch für Euronen bekommen, das ist toll und später werden das vielleicht andere Dinge sein, aber bevor er jetzt irgendeinen Blödsinn kauft in der nächsten Zeit, holt euch lieber das, bildet euch weiter meine Empfehlung. Das ist jetzt auch in dem Fall mein Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich beim André, dass er uns seine Zeit zur Verfügung gestellt hat und für alle, die das interessiert hat, ihr wisst, wo er uns findet, wir gucken, dass wir da weitermachen und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und uns gewogen bleiben. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden. André, herzlichen Dank, Marc, dir auch herzlichen Dank. Obwohl das wahrscheinlich jetzt das Programm sprengt beziehungsweise das Struktur ein bisschen durcheinander bringt, Marc und Angie, ihr habt mir jetzt zwei Sachen an die Hand gegeben, die kann ich nicht so stehen lassen, beziehungsweise für die Zuschauer vielleicht noch ein bisschen ein kleines Zuckerli sozusagen, wie man das sagen würde. Erstens, was Marc richtig gesagt hat, Wissen negiert Angst. Wissen kann überall mit hintransportiert werden, kann euch nicht genommen werden. Das nächste, was auch oftmals, ich glaube, Marc, hast du angesprochen, investiert die Zeit jetzt nicht Menschen, die bis jetzt nicht verstanden haben, um was es geht, die irgendwie vom Gegenteil zu überzeugen. Ich bin ja ausgebildeter Profiler und würde vielleicht nur mal ganz kurz eine Minute oder zwei Minuten auf die vielleicht kognitiven Prozesse eingehen oder die Schutzmechanismen, die sozusagen bei diesen Menschen sind. Weil ihr oder auch wir versuchen halt immer die andere Menschen vielleicht zu überzeugen mit Sachargumenten. Das Problem ist bloß, 95 Prozent unserer Entscheidungen als Menschen machen wir aufgrund unserer Emotionen. Und das wiederum, wenn einer ankommt mit Sachargumenten und Fakten, wird das nichts bringen. Das eine ist natürlich die kognitive Dissonanz sozusagen, die natürlich bei vielen vorherrscht. Okay, also möchten etwas nicht haben, was sie irgendwo sehen, deswegen blenden sie es aus. Das nächste, was auch sehr groß ist, der Truthahn-Effekt. Sprich, sie beurteilen ihre Zukunft aufgrund ihrer Erfahrung aus der Vergangenheit. Merken dann natürlich, was ich bin beim Blackout, okay, ich habe nie einen Blackout gehabt, also wird es auch in Zukunft kein Blackout geben. Das nächste ist die Status-Quo-Neigung. Sprich, der Mensch schneigt dazu, sein Wissen, das, was er hat, gern zu behalten und möchte nicht neue Sachen erlernen, weil es kostet Energie, also es bedarf kognitiver Anstrengung, Energie für ein Gehirn, um sozusagen das Neue zu akzeptieren. Und der Mensch ist von Natur aus faul, also energiearm und schaltet auf sozusagen vollautomatischen Modus, ist von der Natur aus ganz normal, vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation, wer nicht zuhören möchte, kann Ohren zumachen. Der Mensch bekommt pro Sekunde elf Millionen Pixel pro Sekunden, BPS, und kann aber bloß 127 Pixel pro Sekunde sozusagen, kann er aufnehmen, welche in sieben plus minus zwei verschiedene Sequenzen, also in verschiedenen Schubladen, Vorurteile abgegeben werden. Die Masse ist sozusagen, wird gelöscht oder wird vereinfacht, um diese Sinneseindrücke klarzukommen. Das nächste ist natürlich, dass viele eine Art Konformitätsdruck haben, als das Grund sozusagen die öffentliche Meinung sagt, das ist jetzt, was weiß ich, das ist das Narrativ, und auch wenn man selber spürt, dass es nicht so ist, wird man es akzeptieren, um einfach sozusagen eine Dissonanzlösung zu haben, also man macht eine Art Wahrnehmungsfilter, um einen inneren Frieden für sich zu haben, damit man sozusagen nicht irgendwo eine Spaltung hat, das ist auch ganz, ganz normal. Das nächste ist der Bestätigungsfehler. Man hört oder glaubt nur das, was man vorher schon gelesen hat. Auch das wiederum sozusagen eine kognitive Abkürzung und auch das mit der emotionalen Einbettung beispielsweise, wenn man jetzt irgendwas gemacht hat, irgendwelche Opfer gemacht hat oder Vorteile bekommt von einer Krise, wird man auch eher bereit sein, es weiterzuführen. Ist sozusagen auch Konsistenzfalle. Wer A sagt, muss auch B machen. Also beispielsweise Menschen, die sich haben impfen lassen, werden jetzt beispielsweise, obwohl alles raus ist, werden nicht dafür plädieren, sozusagen für die Aufklärung oder werden jetzt nicht dafür plädieren oder die werden auch die dritte, fünfte, zehnte, zwanzigste Impfung machen, auch wenn die merken, innerlich, oh, es ist etwas falsch, sind die in der Konsistenzfalle und machen immer weiter. Das ist ein gutes Beispiel. Eine schlechte Ehe. Ehemann und Ehefrau hassen sich eigentlich seit zehn Jahren, aber sie haben schon so viel investiert in der Vergangenheit an Erfahrung, an Emotionen, an auch Geld und werden deswegen zusammenbleiben, weil sie einfach sagen, okay, jetzt haben wir so viel gemacht, dann machen wir auch weiter. Und das ist so ein gewisser Konsistenzdruck, der halt bei Menschen da ist. Also deswegen nochmal, wie gesagt, jetzt länger ausgeholt, bestätigt, was Marc sagt, investiert keine Zeit in einfach andere Menschen, die bis jetzt nicht einen Ansatz verstanden haben, um was es geht, sondern investiert lieber die Zeit und das Geld bringt euch weiter, bringt die weiter, die es schon verstanden haben, vernetzt euch und lernt. Und vor allem habt auch Spaß dabei, weil wenn wir alles so todernst nehmen, dann müssen wir schon aufstehen und weinen oder keine Ahnung, uns betrinken. Ganz wichtige Information am Schluss, keiner von uns kommt hier am Schluss lebend raus. Also sollten wir das, was wir tun, mit Freude tun, dann geht es leichter und dann werden sich plötzlich überraschende Dinge auftun. Es ist nicht alles schwarz, wir stehen nur vor einer großen Veränderung und die wird vieles durcheinanderwirbeln, das heißt aber nicht, dass das schlecht sein muss. Du hattest das Beispiel mit der Ehe angesprochen, man bekommt dann doch der Knackpunkt und das Leben danach geht weiter. Das ist jetzt mein Schlusspunkt. Das ist wohl richtig. Meine lieben Zuschauer, was der Marc jetzt gesagt hat, keiner kommt ihr Leben raus, ist nicht auf einen Krieg bezogen, sondern prinzipiell werden wir irgendwann alle sterben, auch wenn es für einige von euch jetzt schon wieder grausam klingt. Es ist nicht auf ein Ereignis und auf einen Krieg bezogen, sondern irgendwann, wir sind alle sterblich. Ihr schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auch per E-Mail, welche Fragen habt ihr noch an André, könnt André selbst anschreiben, ihr könnt aber auch mich oder Marc anschreiben, dann gebe ich die Fragen weiter, wir können nochmal ein Interview zusammen machen. Bitte schreibt einfach. Because of the tritte Vielen Dank.